Am Weihnachtsbaume Capodaster bleibt im dritten Bund hier da dürft ihr euch auch nicht vertun sonst wird das bei euch jetzt 3-4-Takt, merken wir uns Anfangston G Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen die Glänzer festlicht Lieb und Mild als Sprecherwort in mir erkennen getreuer Hoffnung stilles Bild Zwei Engel sind hereingetreten kein Auge hat sie kommen sehen sie geht zum Weihnachtstisch und beten und wenden wieder sich und gehen gesegnet sei gesegnet sei die alten Leute gesegnet sei du kleine Schar wir bringen Gottes Segen heute, dem braunen wie dem weißen Haar. Zu guten Menschen, die sich lieben, schickt uns der Herr als Boten aus. Und sei dir treu und fromm geblieben, wir treten wieder in das Haus. Kleine Erklärung meinerseits nochmal, wenn ich von C auf G gehe, bleibt bei mir der kleine Finger oft liegen, weil das ist dann immer noch ein C, heißt auch nicht irgendwie anders, aber ich habe einfach einen hohen G-Ton nochmal dabei. Klingt dann etwas anders, könnt ihr machen oder auch nicht, ist völlig egal. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen, wo es gibt, kann man es nicht vielleicht nicht, und was ich nicht einfach nicht, ich habe es nicht. Wenn es nicht so viel, wenn es nicht so viel mehr an, ich mache jetzt einfach die Körpersen, weil es nicht so viel mehr, sondern so viel mehr an der Körpersen, weil es nicht so viel mehr an, weil es nicht so viel mehr an der Körpersen ist, Vielen Dank.